Hallo Leute und Herzlich Willkommen zurück beim ETA Hallo Yay Und ich hab grad noch mal nachgeguckt Diesmal sollte es ohne Streifen mal sein An den unteren Bildschirmranden Weil ich mal Fullscreen geschafft habe Naja es waren immer diese Streifen An den unteren Bildschirmrand und so Okay Und jetzt sind wir nicht mehr da Weil ich jetzt Fullscreen habe Und das ist jetzt noch geiler Und jetzt ist da wieder ein 1080p sollte aufgefallen sein Das heißt im allgemeinen Jetzt noch ein bisschen bessere Qualität Die ist das Was Phipps sowieso nicht gucken kann Weil ein Noob ist Aber naja Mich stört's nicht besonders Mich stört's nur gerade Das ist was ich dich beim Portal leck Wenn ich dahin gehe Das leckt doch nicht Ach Portal bei mir doch Kauf dir Internet mal nicht Das liegt ja nicht am Internet Das kauf dir Internet man Also kauf ich mit Internet Meinst du die 3000 wovon nur die Hälfte ankommt Die sind umsonst Das wär zu schön Das sollte umsonst sein ey Ist eigentlich ne Straftat dafür Geld zu nehmen Aber naja Was will ich sagen Du bist übrigens wieder zu leise Jetzt Ja das ist dein Problem Jetzt hab ich dich im TS runter gestellt Und jetzt bist du viel zu leise Ja Weil ich nicht geredet hab Das weißt du eigentlich Ja wieso hast du denn Aber während wir aufsehen Weil ich konzentriert war Ja ja das sagen sie alle Auf was wir macht Das sagen sie alle Das sag ich schon gar nicht Jetzt kann ich aber auch nicht mehr nachgucken wie der Timer steht Weil jetzt kann ich nicht mehr so schnell auf Open Broadcaster switchen Das heißt du bist jetzt wieder gefordert Hm jetzt ist zu spät Du wolltest mein Tablet hier nicht liegen haben Jetzt liegt es nicht hier Ja du kannst ja trotzdem auf die Uhr gucken Nein kann ich nicht Ich spür auch ein Fallscreen Dann Das Hühnchen steht übrigens immer noch hier Das Hühnchen ist echt cool Das Hühnchen? Das da unten an der Treppe Als ob ich bei dir in der Nähe wär Wo bist denn du? Ich lauf ein bisschen durch die Welt Weil ich nicht weiß was ich tun soll Weil wir eigentlich schon alles fertig haben Nein aber nicht Wie wir letztes Mal schon gesagt haben Doch Ja Aber so halt So halt So halt Wir sind ganz fertig Nein wir sind wir noch nicht Also was ich noch machen will Ist wie gesagt noch ein bisschen das Fett hier weitern Und Du könntest noch ein bisschen Holz holen Und noch Ich hab leider keine Hacke dabei Ja dann mach dir ne Hacke Ne Das ist viel zu kompliziert Ich weiß das Crafting Rezept Rezept nicht aus Ja natürlich Das ist ja auch so schwierig Das ist schwierig ja 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 Es ist einfach so Ich versteh dich vollkommen Ich danke dir dafür Hast du denn Einen Braustand Hast du sowas schonmal gebaut? Das haben wir schon alles fertig? Ach ja haben wir ja 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 ich 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 konnte mich nur nicht erinnern Ja Man 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 Ja ist einfach so Wobei ich nicht weiß dass Äh äh Auf diese Dinger im Äther funktionieren Ich glaube nämlich nicht Ja dann sollten wir sie hier verbrauchen Nein wir wollten kein Vanilla Let's Play machen Wir wollten ein Äther Let's Play machen Ja, da kenne ich dir nichts dafür. Es war ja nicht meine Idee oder so. Es war deine Idee. Wo bist du jetzt eigentlich? Ich merke gerade, ich habe das Text Shepack gar nicht an. Ich schon. Na eben, auswählen. Warum war das denn nicht ausgegeben? Wo bist du denn? Irgendwo im Wald. Keine Ahnung. Boah, sieht das auch immer bunter aus. Leck mir doch die Nüsschen. Nein. Einfach nein. Versuch was, Werd. Nein, Spaß. Ups. Hi. Hallo. Kennst du das hier von... Wer war das? Family Guy? Hi. Oder... Es war Family Guy, glaube ich. Lois. 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 Was? Mama. Mama. Das geht die ganze Zeit so. Hi. Hiiii. Lol. Ja, das war lustig. Ich fand das geil. Ich mag das. Ich guck das echt gern. Hier brennt ein Wald. Das ist nicht schön. Siehst du, wenn sind es weit genug weg? Ich bin sehr weit weg, ja. Nein, sehr weit nicht. Hinter der Wüste ungefähr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haben wir noch Fäden? Dann geh ich ein bisschen angeln. Ich habe im Inventar keine Fäden. Fäden sind überbewertet. Schubidubidibdabdu. Du bist überbewertet. Überbewertet. Nein. Doch, ist so. Nein. Du musst dich einfach damit abfinden, dass du vollkommen überbewertet bist. Nein. Nein. Ist egal, was dir deine Mama sagt. Sie lügt. Ich glaube auch. Schubidubidubidu. Du bist so unproduzentig. Ich hab ein paar Pyramiden. Nein, ich hab ein paar Pyramiden. Achso. Na dann. Dschubidubidubidubidub. Dschubidubidubidub. Ja, sind immer gut. Ja, diese Dschungelhäuser da. Ja, Dschungeldinger. Ich verstehe. Oba Luna drin hängt. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gefühle. Deswegen flieb ich jeden Tag besser. Das ist so. Okay, das muss ich dann abrennen hier. Muss ich mich mal dran erinnern. Ja, das muss ich abrennen. Ja, das muss ich abrennen. Was ist denn hier los? Oh, denn wie denn? Wer denn? Penis? Nö, schon gut. Schon gut. Das ist alles okay. Also, wait. Deep Deep Deep. Was guckst du? Oder was machst du? Moment. So. Ah. 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 Yay. Member join. Ey. Du hast jetzt auch auf einmal einen anderen Skin durch das Textion Pack wahrscheinlich. Bei mir hab ich mein. Du hast. Du hast mein Nummer. Also dann so ein Steve Ding ist halt. So ein Steve Kopf. Hab ich? naja Steve nicht wirklich, aber ich dürfte diesen awesome Playskin haben ne bei mir hast du so einen normalen Minecraft Charakter sag ich jetzt mal ja du bei mir aber auch, also dem von Textchapek aber sonst ist das Textchapek geil, mir gefällt das langsam richtig so nein Hühnchen spring nicht den Berg runter nein, ups, geschubst ups, geschubst jetzt nicht mal die armen Hühnchen vergewaltigen Mann doch, sie stehen da drauf Hühnchen Leute, nehmt niemand Phipps auf, das ist ne Qual denn niemand hat Pädowitze Leck mir die Eier, ich bin tot oder doch nicht oder doch nicht haha, noch drei Herzen ja müsstest du gesehen haben, oder? ja, hab ich gesehen wo links hab ich gesehen, Alter hab ich gesehen hast du gesehen? 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 ich weiß nicht mehr nach Hause ich weiß nicht mehr wie es nach Hause geht du 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 aber das ist ja unkürt. Warum willst du immer verwirren? Du hast doch eine Diamantschaufel. Ne habe ich nicht. Ich habe dir doch letztens den letzten Diamantenschaufel gegeben. Die oben oder auch nicht. Muss ich mal gucken. Bin ich der Meinung. Die letzte Aufnahme ist ja auch schon Jahre her. Ich glaube ich hatte keine Diamantschaufel. Wir haben ein Eisenschwert. Wir hatten noch. Ne haben wir ich nicht. Ist eigentlich ein Diamantchen übrig oder nicht? Ne. Nur ein Smaragd. Ne ist egal. Ich mach mal eine Eisenschaufel. Hoopan Schaufel ist da. So Schäuferchen. Ich habe keine Level um es zu verzaubern. Sag mal sehen die Monster aus? Eigentlich nicht. Ich mach mal die Modemass. Stifficulty 2. Oh ich sehe hier echt keine Monster. Ja. Kannst mal sehen. Haben wir alle vertrieben. Hä? Wie? Ne. Kann ja nicht sein. Doch siehst du ja. Wieso spawnen denn hier keine Monster? Weil sie es können. Hm. Strange. Naja. Gleich kommt ein Creeper von hinten. Ja. Ich treibe. Weg. So. Nicht rupen ran. Das kannst du ja jetzt mal mit Baum stellen. Einfach weil es geil aussieht. Mal sehen. Oh meinst du dich nicht? Oh du die 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 du. Warum ist hier ein Holz. Ach so da steht ja bloß. Gold. Gold, 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 gold. Holz, 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 holz. Holz, holz, holz. Kausst du Holz? Nö, ich mach mir grade Fackeln und dann geh ich gleich in die Mine und dann machen wir jetzt erstmal ne Aufnahme nach Hause. Soll ich dich begleiten? Nö, mit dir will ich nicht zusammen in die Mine. Gut Leute, dann sind wir jetzt erstmal in der nächsten Folge wieder. Warte mal, Screenshot. Machen wir hier erstmal dicke Holz-Action. Holz-Action. So, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim ETA. Alles gut. Tschüss. Penis.